Oh yeah Oh was wir sehen schon Ein kurzer Überblick Den ich euch geben werde Über das Theater steht Was wird noch geschehen Wie wird es weitergehen Katastrophe oder Happy End Wir werden es bald sehen Jack liebt Gwendolyn Jedoch unter falschem Namen Denn die will nur nen Mann Mit dem Namen Ernst haben Darum behaupte er Einfach sein Name sei Ernst Währenddessen Elginal für Cecily schwärmt Oh was wir sehen schon Ein kurzer Überblick Den ich euch geben werde Über das Theater steht Was wird noch geschehen Wie wird es weitergehen Katastrophe, Happy End Bald werden wir sehen Elginal besucht Cecily Die denkt er sei Ernst Jack misst hat nur Bruder Und jetzt ist längst Klar, dass das Spiegel Der Männer aufgeflogen ist Darum sind beide Damen Jetzt so richtig angepisst Was bisher geschah Was bisher geschah Ein kurzer Überblick Den ich euch geben werde Über das Theaterstück Was wird noch geschehen Wie wird es weitergehen Katastrophe, Happy End Wir werden es sehen Wir werden es sehen Wow, was bisher geschah Ein kurzer Überblick Über das Theaterstück Was wird noch geschehen Wie wird es weitergehen Wie wird es hot, wie wird es Wir werden es sehen